Hallo liebe Translated Press Freunde zu Hause in Deutschland, ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe wieder mal etwas im Internet recherchiert und mich umgeschaut. Da habe ich ein sehr nettes Video gefunden, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Es ist etwas nostalgisch und es passt auch ein bisschen in die Zeit jetzt. Seit zwei Tagen hat Amerika einen neuen Präsidenten und ja, wir sind natürlich alle ein bisschen traurig. Und da habe ich ein Video gefunden, wo Präsident Trump mit Air Force One in West Palm Beach gerade landet. Und es gibt dort keine Kommentare. Man sieht einfach, wie das Flugzeug jetzt hier gelandet ist. Und dann sehen wir noch ein letztes Mal, dass Ehepaar zuletzt aus dem Flugzeug steigen. Ich fand das irgendwie berührend und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, das Video runterzuladen und euch auch noch ein paar Kommentare dazu zu stellen. Ihr wisst ja, der Präsident der Vereinigten Staaten muss in der Lage sein, jeden Ort der Welt in kürzester Zeit zu bereisen. Und dazu hat er dieses besondere Flugzeug, das er jetzt heute zum letzten Mal als Präsident benutzt. Glücklicherweise haben die modernen Präsidenten in der heutigen Zeit, seit dem 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert eine Vielzahl von Transportmöglichkeiten einschließlich des Flugs am Border Air Force One. Technisch gesehen bezeichnet Air Force One jedes Flugzeug der Air Force, das den Präsidenten befördert. Aber es ist natürlich auch möglich, heute den Begriff für spezielle Flugzeuge zu verwenden, die für den Transport des Oberbefehlshaber ausgerüstet sind. Die Air Force One ist eines der bekanntesten Symbole der Präsidentschaft. Und wir vereinen das natürlich immer mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, wir ganz besonders mit Präsident Trump. Das Flugzeug wird von Boeing hergestellt. Die Firma Boeing ist ja eine ganz berühmte, bekannte Flugzeugfirma in Amerika mit sehr viel Tradition, wie wir wissen. Das Flugzeug ist mit ganz besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Es kann in der Luft aufgedankt werden, hat eine unbegrenzte Reichweite, kann den Präsidenten überall hinbringen, wo er hinreisen muss. Die Bordelektronik ist zum Schutz gegen elektromagnetische Impulse gehärtet. Die Air Force One ist mit moderner, sicherer Kommunikationsausrüstung ausgestattet, so dass das Flugzeug im Fall eines Angriffs auf die Vereinigten Staaten sogar als eine mobile Kommandozentrale fungieren kann. Im Inneren stehen dem Präsidenten und seinem Reisebegleitern 4000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt darin drei Ebenen in diesem Flugzeug, einschließlich einer umfangreichen Suite für den Präsidenten, der ein großes Büro hat, eine Toilette, einen Konferenzraum umfasst. Die Air Force One verfügt über eine medizinische Ausrüstung, eine medizinische Suite, die sogar als Operationssaal fungieren kann. Also man hat hier an alles gedacht. Es ist immer ein Arzt ständig an Bord, der auch mitfliegt. Ich glaube, bis zu 400 Personen können in diesem Flugzeug sogar unter Umständen Platz finden, wenn es sein muss. Es gibt auch verschiedene Räume für diejenigen, die den Präsidenten begleiten. Darunter auch die hochrangigen Berater, Geheimdienstmitarbeiter, die Presse, die zum großen Teil immer mitreist, andere Gäste. In der Regel fliegen auch Frachtflugzeuge hinter oder neben dem Flugzeug her, um das Flugzeug mit Dienstleistungen versorgen zu können, die an abgelegenen Orten zum Beispiel benötigt werden. Die Air Force One wird von der Presidential Air Lift Group immer instand gehalten. Das ist eine spezielle militärische Gruppe von Ingenieuren und Mechanikern. Das ist eine Gruppe, die wurde 1944 auf Anweisung von Präsident Franklin D. Roosevelt gegründet, speziell für die Air Force One. 1962 war Präsident Joe Kennedy der erste Präsident, der in einem speziell für den Einsatz als Präsidentenflugzeug gebautes Jet eine modifizierte Boeing 707 benutzt hat. Vorher waren das immer nur Propellerflugzeuge. Im Laufe der Jahre wurden mehrere andere Düsenflugzeuge eingesetzt, wobei das erste der heutigen Flugzeuge 1990, während der Amtszeit von Präsident George Walker Bush, also dem Vater von George W. Bush, ausgeliefert wurde. Also wir sehen, es handelt sich hier um wirklich ein ganz besonderes Flugzeug. Wir werden jetzt sehen, das hat jetzt angehalten erst mal. Es wird gleich andockender Flugzeug, also in Kürze wird dann die fahrbare Rampe ans Flugzeug gebracht werden. Und dann erwarten wir natürlich, dass Präsident Trump und First Lady Melania aussteigen. Wir sehen, jetzt gerade kommt der Van, der Truck mit der Treppenrampe an das Flugzeug herangefahren. Es ist wirklich ein, schon ein sehr nostalgischer Moment. Ich glaube, ihr teilt da meine Meinung mit mir. Aber wir haben natürlich die Hoffnung nicht aufgegeben, wir werden mit Sicherheit in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten noch viel Neues erfahren. Davon bin ich persönlich sehr überzeugt und ich glaube, ihr auch. Wir werden jedenfalls dranbleiben, was noch weiter passiert. So, die Tür hat sich jetzt geöffnet. Und ein Offizier der Luftwaffe steht jetzt bereit und hilft beim Andocken an die Air Force One. Präsident Trump wird dann wahrscheinlich in zwei, drei, vier Minuten erscheinen mit der First Lady. Seine Familie ist auch im Flugzeug, soweit wir wissen. Also die Kinder mit ihren Ehepartnern, die Enkelkinder. Die ganze Familie befindet sich im Moment im Flugzeug. Und wir erwarten dann, dass die ganze Familie nach Mar-o-Lago fährt. Also Mar-o-Lago ist ein Resort, ist ein praktisches historisches nationales Wahrzeichen in Palm Beach, Florida. Das wurde 1924, soweit ich mich erinnere, wurde das gegründet, hat drei Jahre gebraucht. Das war die Getreidefirmen Ermin Majorie Mary Weather Post. Ihr Vater war der Gründer von, ich glaube es heißt, Food International. Damals hieß es Mary Weather Post Food Company. Das ist eines der größten Anwesen der Vereinigten Staaten, hat 126 Zimmer und 5.900 Quadratmeter Innenfläche. Es heißt seit 1995 der sogenannte Mar-o-Lago Club, ein sogenannter Members-Only Club mit Gästezimmern, Spa, hat hotelähnliche Annehmlichkeiten und befindet sich in Palm Beach County auf der Palm Beach Barrier Insel. Also es ist eine Insel im Atlantischen Ozean, im Osten, Florida, und zwar in der Nähe vom Intracoastal Waterway, der westlich davon ist. Mary Majorie Mary Weather Post ist 1973 verstorben. Sie hat damals dieses Anwesen zum sogenannten National Park Service erhoben, in der Hoffnung, dass es für Staatsbesuche oder als sogenanntes winterweißes Haus, also das Weiße Haus für den Präsidenten im Winter genutzt werden könnte. Aber die Kosten für die Instandhaltung, die waren unglaublich groß. Und es war also schwierig, die Anlage zu sichern, weil sie außerdem in einer Flugschneise von West Palm Beach Flughafen liegt. Und so wurde das Anwesen 1981 durch ein Gesetz von dem Kongress sogar an die Fundation zurückgegeben. Also Amerika hat das gehabt. So, wir sehen jetzt gerade Donald Trump rauskommen und die First Lady. Sie winken, es gibt einige Menschen, eine kleine Gruppe, die sich eingefunden hat am Flughafen, das können wir jetzt nicht sehen. Präsident Trump grüßt sie gerade, First Lady grüßt diese Menschen gerade. Wir sehen, sie werden jetzt gleich sofort einsteigen in einen panzergesicherten Van. Sie sieht sehr schön aus, die First Lady, wunderschönes tropisches Kleid an. Der Sicherheitsbeamte macht jetzt die Türe zu. Dann kommt die Pressefotografin des Weißen Hauses, die noch letzte Bilder macht. Und dann, wenn sie wohl gleich losfahren, wir sehen jetzt, da kommt schon die Familie raus. Oben auf der Rampe, wir sehen Don Junior mit seiner zweiten Frau. Wir sehen Eric dahinter. Da ist Tiffany aus der Ehe mit Marla Maples. Das ist die Tochter aus dieser Ehe. Ich kann mich gut erinnern, ich habe damals in New York gewohnt und habe Donald Trump verfolgt, als er von seiner ersten Frau geschieden war und Marla Maples geheiratet hat. Da habe ich an der East-Zeit von New York gewohnt. Das war eine sehr kurze Heirat, die, glaube ich, nach zwei Jahren dann abgebrochen ist. Aber zwischendrin war dann Tiffany auf die Welt gekommen. Er hat sich immer um seine Kinder bemüht. Und trotz der Gespaltenheit in den Ehen, er war ja lange als Junggeselle sehr berühmt, aber um seine Kinder hat er sich immer gekümmert, bis heute, um die Enkelkinder. So, jetzt fahren sie, Familie fährt jetzt Gemeinschaft in einer Karawane, die sich jetzt gerade bildet, nach Mar-a-Lago. Dieses tolle Haus, es ist das zweitgrößte Herrenhaus im Bundesstaat von Florida und das zweitgrößig größte Herrenhaus, eine Villa in den Vereinigten Staaten. Forbes hat dieses Anwesen 2018, also vor zwei Jahren, auf 160 Millionen Dollar geschätzt, wobei es in den vergangenen Jahrzehnten seit Trumps Kauf aufgrund mehrerer Faktoren noch sehr viel mehr Exklusivität erlangt hat. Das ist natürlich eine außergewöhnliche Lage auch in dieser privaten Insel. Die historische Bedeutung, die Wichtigkeit, die dieses Anwesen gewonnen hat, jetzt durch die Präsidentschaft von Präsident Trump, das alles hat natürlich dieses Anwesen noch weitaus wertvoller gemacht. Ja, wir wünschen aus Deutschland der Familie Trump zunächst mal viel Frieden. Man möge sie doch wirklich jetzt erst mal ruhen lassen, ausruhen lassen von diesen Strapazen, die sie hinter sich gebracht haben. Präsident Trump war ein sehr fleißiger Präsident. Ich habe mich oft gewundert, wenn man mit 73 Jahren bis nachts um drei arbeiten kann und dann früh um acht Uhr schon wieder im Büro sitzen kann. Also, ich wünsche euch, meine Lieben, alles, alles Liebe, wo immer ihr auch jetzt euch befindet auf der Welt. Ihr könnt gerne auch mal so eine kleine Träne hier vergießen. Wir haben die Wertschätzung für diesen Präsidenten in unserem Herzen getragen. Und wir wollen uns jetzt erst mal für eine kurze Zeit verabschieden. Er hatte ja gesagt, dass er wiederkommen wird. Darauf sitze ich auch ganz besonders. Er wird sich wieder melden. Wir wünschen der ganzen Familie wirklich jetzt erst mal, dass man sie in Ruhe lässt und dass sie untereinander sich erst mal einzeln austauschen und genießen können. Hier sehen wir jetzt die Karawane, die auf zur Insel fährt. Ich begrüße euch ganz herzlich. Gebt uns viele Likes und empfehlt uns weiter. Wir brauchen eure Hilfe und eure Unterstützung zu Hause in Deutschland. Alles, alles gut, euer Ardi von Translated Press. Tschüss. Ich komme jetzt ein Moment. Danke. Okay, um, give me one second, let me just talk to you from that to make sure that, you know, we'll never decide.